so also wir brauchen kohle oder soll ich erst mal hier ich muss ja nicht so ganz tief rein also hier ist nur wasser was hier runter kommt ach so ja das ist da wo unser haus boothaus ist ja das wird alles ja auch noch gemacht natürlich ist ja wohl klar und ja wo finden wir jetzt mal kohle 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 oha nee da gehen wir mal lieber nicht lang muss ja nicht sein so hier ist die bei kies so da ist kohle das war schön so aber ich werde diesmal ein bisschen länger in der höhle gleich bleiben dann haben damit ich dann mal richtig was auf vorrat habe weil dann können wir auch mal wird mir schneller kommen wir auch schneller voran wollte ich sagen so naja viel war das ja nun nicht na gut gehen wir doch mal weiter runter und suchen weiter nach kohle oder lava damit wir schön heißen reisen bräuchte ich eigentlich auch wegen rüstung stimmt eigentlich wo gehen wir denn nochmal lang gehe ich jetzt mal hier lang und da haben wir schon wieder kohle kohle wie gesagt bringt ja auch experience da waren wir letztes mal so schön weit mit experience und dann bin ich von spinnen getötet worden das ist aber so ist das halt ne gehört halt dazu so machen wir das dann jetzt da nicht quatsch so 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 das war es leider schon wieder mit der kohle aber wir geben nicht auf wir suchen weiter ich höre schon skelette so 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 ich höre lava gut dann machen wir erstmal die eimer mit der lava voll ja hier leuchtet das schon mal nicht mehr so extrem die lava mit dieser mit diesem shader aber ist vielleicht auch vielleicht besser so ne aber ihr könnt mir gerne schreiben was ihr lieber wollt ich werde auch noch mal denn die anderen shaders euch zeigen mit der zeit dann so ne so aber ich könnte eigentlich mal hier noch mal ein bisschen rumgraben weil manchmal findet man echt diamanten diamanten in der nähe von lava lava und ja das was mich hier bei diesem shader wiederum stört ist dass man diese umrandung sieht von den blöcken weiß ja nicht stört euch das auch könnte mir schreiben wenn ich glaube ich das nicht stört ist das auch in ordnung jedenfalls haben wir das problem nicht mehr mit dieser zeitverzögerung bei diesem shader zumindest weiß echt nicht warum diese framerate so zwischen 10 und 15 immer ist das weiß ich leider nicht ich glaube das ist echt nur wenn ich aufnehme so naja scheinbar haben wir nicht so viel glück aber diamanten sind ja eh selten aber ich will jetzt auch nicht die ganze zeit jetzt hier auf gut glück nach diamanten suchen denn ich habe ja wie gesagt nicht so viel zu essen und da müssen wir wirklich jetzt erstmal das nötigste uns beschaffen und das ist ja immer noch kohle und eigentlich eisen da kann können wir immer noch glück haben dass wir da auch diamanten finden aber schön dass du hier mit dabei bist es ist immer schön wenn du mir hier zuschaust und natürlich auch du und du das ist doch klar so hier geht es schon mal nicht weiter manchmal ist es ja so bei minecraft wenn hier ein gang zu ende ist da braucht man meistens manchmal nur noch mal einmal hauen und dann ist dahinter doch noch ein weiterer tunnel höhle oder so aber wir haben echt kein glück hier mit eisen und jetzt auch nicht wundern falls euch das auffällt dass manche lieder jetzt nicht mehr vorkommen der playlist weil ich merke dass oder ich sehe dass dann wenn ich die folge auf youtube hochgeladen habe dass dann doch probleme gibt mit urheber recht und so man deswegen nehme ich dir jetzt lieber vorsichthalber denn raus falls doch diese videos gelöscht werden wo das da ist von youtube das wäre nicht so schön oh mann oh mann der hunger der kommt ja ich habe noch obsidien das würde ich am liebsten abbauen aber ihr wisst ja ich habe jetzt echt immer mehr hunger langsam und ja man kann halt nicht gut arbeiten mit leeren magen und deswegen will ich das was ich noch an energiereserven in mir habe wie gesagt für kohl und eisen nehmen benutzen verwenden und ja aber ich habe hier kein glück ich weiß sonst müsste ich müsste ich wohl doch mal eine andere hölle gehen aber wir haben echt glück hier sie sind kaum wir sind keine monster ich glaube ich verlaufe mich total jetzt gerade ach man muss denn hier noch kohle und eisen ich kann das doch nicht schreien ah hier siehst du man braucht es nur mal ein paar mal sagen und schon ist es hier weit und breit oh das könnte gefährlich werden hier übrigens jetzt ist ja überall wo ich hingucke das wie bin ich denn hierher gekommen jedenfalls war ich hier schon mal vor langer 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 zeit ich habe angst dass von hier oben so werwölfe kommen jedenfalls ist diese achse auch gleich hinüber aber hier ist jedenfalls kohle das warten oder die geduld die wurde mal wieder belohnt das ist immer so man muss halt nur lang genug warten und geduld haben dann kommt irgendwann alles was man wollte jetzt ist die framerate bei 7 das ist ja unfassbar ich weiß ich muss vielleicht doch noch mal das irgendwann noch mal in aller ruhe ausbalancieren irgendwie dass ich da vielleicht die ein oder andere motto vielleicht rausnehmen muss wieder ich weiß es nicht habe auch nicht so viel das ist vielleicht beim stream so das kann auch sein ich weiß es nicht die fackel die ist da ungünstig echt hat der vergangenheit insel gamer da man nicht richtig aufgepasst immer der vergangenheit insel gehen und ich muss das wieder aus bügeln das ist doch echt nicht schön der denkt auch immer nach mir die sinnflut das kann ja der zukunfts insel gehen wir mal hier ist das oha ich hab ihr wisst schon hier ist es nicht mehr weit weg von meinem tod wo ich auf die grausamste art gestorben bin die man sich halt nur vorstellen kann so ja letztes mal habe ich halt die ganze kohle hier liegen lassen weil ich ja eigentlich nur hier mal erkunden wollte wo es hier so lang geht ich hoffe der stream der hakt wenigstens nicht so da ist noch eisen aber so saphire haben wir noch nicht gefunden aber ich glaube das kann gut sein daran liegen weil ich ja vorher in der älteren version hier diese welt gestartet habe und dass dieser schrankheit natürlich mit der neuen version nicht richtig aktualisiert worden ist aber hier sind wir nicht runter gegangen glaube ich dann sind wir in diese richtung gegangen da sind ja auch die fackeln wo man ach scheiße nein wo bin ich denn hier nein nein hilfe ach du scheiße da grabe ich einfach einfach mal das eisen weg und schon plumps hätte schlimmer kommen können dass hier unten drunter direkt lava ist alter schwede hau ab ich bin habe keine rüstung ich glaube ich sterbe hier wieder hier ist glaube ich nicht so ein guter platz für mich und wie komme ich denn hier wieder hoch die spawnen hier jetzt gleich alle ohne ende alter schwede ich glaube ich mach das mal so ja 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 jetzt kommt natürlich noch ein skelett was mich will dass ich hier abhaue aber aber scheiße jetzt bin ich ja doch schon wieder hier runter gefallen ey schämst du dich denn nicht oh ich sterbe hier schon wieder gleich alter schwede hau ab ah kommt das nein ach man ich dachte ich hätte mich noch schnell geschützt ah nein jetzt bin ich schon wieder hier gestorben das ist doch nicht mehr zu fassen was sagt denn der chat so ach ja so schnell kann man sterben so schnell kann das gehen und dann sind wir schon wieder hier bei null aber ich irgendwie habe ich bock die sachen wieder zu holen jetzt das reicht ja jetzt will ich ja nicht was das denn ach so da okay es wird jetzt angezeigt wo ich gestorben bin das ist ja schön dann könnte ich das ja finden das ist ja schön das habe ich ja nun nicht hier keine sachen jetzt so richtig mehr zum verteidigen ach warte mal ich habe wenigstens noch so ein holzschwert eigentlich oh die frameray die bricht richtig im keller tut mir leid leute wenn das jetzt hier so hakt oh man so nehme ich jetzt hier also ein steinschwert habe ich sogar das ist jetzt bei fünf die framerate das gibt es doch nicht warum so schnell bevor meine leiche weg ist ok oh man oh man ob ich da jemals hinkommen ich mag es zu bezweifeln wo war das da in diese richtung ich weiß es nicht war das vielleicht hier so lang so es könnte gut sein dass das hier so lang geht das ist schon mal falsch ich muss irgendwie da hin ich bin nicht da hingekommen إن ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ah, hups. Hm. Oh Mann ey. Ich komm da doch nie wieder hin. Muss da irgendwie hin. Ich weiß, ob ich jetzt von... Kann ich hier so lang? Okay. Sieht aber nicht danach aus. Ist irgendwie da auf der anderen Seite, ne? Hm. Natürlich, ist die Holzachse jetzt auch hinüber? Mal hier so Fackeln mal mitnehmen. Irgendwie... Bin ich denn da lang? Auf der Karte kann man das ja irgendwie nicht so richtig sehen, wie der Weg da lang geht. Ja, normalerweise muss ich mich da durchgraben, aber ich habe jetzt ja nichts mehr so zum Graben. Das würde ja am schnellsten gehen. Hm. Da lang vielleicht, ne? Das könnte was werden. Oder? Ist aber ein sehr gefährlicher Weg. Das ist schon. Oh Mann. Was habe ich mir da angetan? Natürlich. Sackgasse. War doch klar. War doch sowas von klar. Komme ich denn da hin? Das ist nicht so schön. So. 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 So.